Lasso no etoko Wir gehen auf den Reiter Anime Dann sehen wir hier, wenn wir uns die Reiter durchlesen Kein Detektiv Conan, dazu müssen wir erst runterscrollen Dort steht dann Detektiv Conan Dann gehen wir wieder auf die Reiter Und dann steht dort Filmquiz Ja, es gibt auch ein generelles Quiz zur Serie Und warum machen wir das Filmquiz? Ich möchte generell für mich selber wissen Wie viel weiß ich denn überhaupt noch Und ganz wichtig, muss man den Film tatsächlich geguckt haben Um alle Fragen richtig zu beantworten Bei Film20 konnte man 4 Fragen beantworten Ohne den Film geguckt zu haben Bei Film19 waren es dann schon nur noch 2 Fragen Also, Film19, 20 haben wir Das heißt, es geht jetzt chronologisch absteigend weiter Mit Film18 Den Film habe ich mir auch nur einmal angeguckt Und das war vor 4 Jahren Also, Frage Nummer 1 Wie heißt der Wolkenkratzer, an dessen Bau Auch die Suzuki Financial Group beteiligt gewesen ist Beltree Tower, Lifeplan Tower, Mayflower Tower Ja, ähm Ich weiß es Ja, das ist der Beltree Tower Aber man muss auch ganz klar sagen Man könnte jetzt auch einfach das Ausschlussverfahren machen Weil, äh Ja, die anderen hören sich einfach scheiße an, oder? Das würde gar nicht passen Also, wir sehen ja auch ein Bild hier zudem Und was hat das denn bitte mit einer Blume zu tun, ja? Also, lächerlich Beltree Tower ist definitiv richtig Das ist also die erste Frage, wo man auch den Film für geguckt haben muss Welchen Gegenstand lässt der Scharfschütze unter anderem an den Tatorten zurück? Richtig geil, da geht es ja quasi um einen Sniper, der sich an so ein paar Leuten recht Richtig genial gemacht ist, das ist auch einer meiner Lieblingsfilme übrigens Äh, obwohl ich nur einmal geguckt habe Hier muss man den Film auch dazu geguckt haben, ja? Ein Federball Äh, Federball ist eigentlich relativ sinnlos, wenn man überlegt Er ist ein Sniper Eine Schachfigur könnte man durchaus denken Genauso wie Würfel, ja? Äh, 50-50 würde ich sagen Aber wir wissen natürlich, es ist der Würfel Richtig geile Sache, ja? Ja, so, Frage Nummer 3 Auf welchem Gefährt flieht der Scharfschütze vor Conan? Motorboot, Motorsegler oder Motorrad? Man kann sagen, er flieht vor Conan, ja? Conan, wir wissen, sein einziges Fortbewegungsmittel Abgesehen von fremden Autos, wenn er gefahren wird Ist sein solarbetriebenes Skateboard Das heißt, es müsste quasi auf dem Boden sein, ja? Das heißt, wir könnten schon mal Motorboot und Motorsegler ausschließen Ausschussverfahren, Motorrad Wer den Film geguckt hat, der weiß eh, dass es ein Motorrad war Easy Frage 4 Der mutmaßliche Täter Hunter war Mitglied einer US-Spezialeinheit Welcher? Hier kann man sagen, Auswahlmöglichkeiten US Army Rangers US Navy Seals US Marine Corps Ähm, wenn man sich so Filme anguckt Generell Serien oder so Dann wird es eigentlich immer nur über eine Sache geredet Und zwar über die Seals Immer nur über die Seals, 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 Navy Seals Und so weiter und so fort Das wäre eigentlich das, wozu viele neigen würden Das zu sagen Wir wissen es aber besser Das ist nämlich genau in dem Falle so ist Das war nämlich ein Ex-Ziel, ja? So, Frage Nummer 5 Conan erhält in diesem Abenteuer Unterstützung von einer jungen Detektivin Wie lautet ihr Name? Wenn man das Bild sieht, kann man die Frage auch zweifelsohne ohne den Film gesehen zu haben Beantworten, das ist Masu Misera Frage Nummer 6 Sie trägt unter anderem eine Motorradjacke mit einer Zahl auf dem Rücken Welche Zahl ist das? Okay, das ist so eine Frage Man guckt sich den Film an, aber man achtet auf vieles Aber nicht auf die beschissene Zahl, die auf der Motorradjacke steht Das ist so eine Frage, muss ich ganz ehrlich sagen Da würde ich raten 77, 55, 66 Ich würde einfach sagen, wir nehmen die goldene Mitte 55, aber ich habe echt keine Ahnung Ja, das Die Frage, finde ich, hätte man auch falsch haben können Und das, ja Dazu brauchen wir ja schon fast ein fotografisches Gedächtnis Ja, um sich an irgendeine Zahl zu erinnern, was man mal vor vier Jahren geguckt hat Naja Frage Nummer 7 Die Frage von Professor Agassar lautet diesmal Wenn man gegen einen Scharfschützen Schere, Stein, Papier spielt Welches Zeichen muss man dann zeigen, damit man gegen ihn gewinnt? Schere, Stein, Papier Ich probiere mal jetzt logisch an die Sache heranzugehen Scharfschütze Scharfschützen wären nur die krassesten von der Bundeswehr Ja, da musst du viele harte Tests machen Du musst einfach ein krasser Soldat werden Ja, ich glaube, einer von tausend oder so wird ein Scharfschütze Da hat überhaupt die Möglichkeit, ein Scharfschütze zu wehren Überhaupt in diese Ausbildung zu gehen Ja, da gibt es richtig extrem krasse und harte Lehrgänge Ja, das kann ich euch sagen Ich war da nicht drin, weil ich keinen Sniper wehren wollte Ich hätte es aber auch nicht geschafft Aber so viel weiß ich dann, weil ich halt doch bei der Bundeswehr war Ähm, man könnte sagen, die Sniper Die bleiben ja ganz lange auf einer Stelle Die müssen geduldig sein Meistens sind es ja eher nur Speer Die Auskundschaften und so weiter und so fort Meistens sind sie auch zu zweit Ähm, dass man sagen kann Okay, ähm, er ist vielleicht ein Stein Oder so, weil er ganz lange auf eine Auf einer Stelle beharrt bleibt Aber was will man dann zeigen? Da müsste man ja quasi eigentlich Papier zeigen, dass man gegen den Sniper gewinnt Aber was würde man sagen? Es ist auch wieder eine pure Ratefrage Ich muss euch ganz ehrlich sagen Ich kann mich nicht erinnern Man müsste Papier zeigen, aber man will gegen ihn gewinnen Vielleicht denkt er ja auch so Ja, dass der andere, dass er denkt, dass wir nicht geduldig sind Und deshalb dann, ähm, die Schere oder sowas nimmt Weil er davon ausgeht, dass wir Papier nehmen Weil wir davon ausgehen, dass er ein Stein ist Weil er kämmt Äh, ich weiß nicht Mach mal die goldene Mitte Ich schwank zwischen Stein und Papier Ich würde jetzt einfach mal, äh, Stein sagen Okay, das ist für mich irgendwie sinnlos Also, hört sich, Sniper klingt für mich nicht wie Schneiden Sniper schneiden Hört sich irgendwie total unähnlich an, ja Also nicht ähnlich, also sehr unglaublich Frage Nummer 8 Eier diesmal ebenfalls eine Frage parat In welcher Sport hat es ein Sniper besonders begabt? Wie lautet die richtige Antwort? Golf, Baseball, Fußball? Ich würde sagen, es müsse was mit der Hand-Auen-Koordination zu tun haben Fußball würde ich ausschließen Äh, Baseball oder Golf? Ähm, beim Sniper sein gehört ja auch vieles dazu Man muss zum Beispiel auch die Luftfeuchtigkeit, die Windstärke Und natürlich auch die Entfernung zum Ziel berechnen Ja, das ist ein harter Job Bei Golf musst du auch die Windstärke mit einberechnen Von wo kommt der Wind? Deshalb lecken die sich ja immer den Finger und heben dann die Hand und sowas hoch Ich weiß nicht, ob das beim Baseball auch ist Beim Golf weiß ich, ja Ich hab mir dann genug Tiger-Woods-Turniere angeguckt Deshalb würde ich jetzt einfach mal Golf sagen Golf Lautet Golf aus Sniper lässt sich nice par bilden Im japanischen zumindest Also da finde ich meinen Ansatz irgendwie viel, ähm, sinnvoller Aber gut Also das hätte ich nicht gewusst Also mit dieser Begründung definitiv nicht 9. Welchen Gegenstand muss Conan bei der Polizei abholen? Schreibblock, Smartphone, Skateboard Da muss man auch den Film, ähm, geguckt haben Das ist definitiv das Smartphone So, welches Geschenk bringen die Detective Boys Masumi ins Krankenhaus? Ein Modell, ein Bild, ein Buch Das ist das Modell Also ich muss sagen, ähm, es gibt viele Fragen, die okay sind Die sehr, sehr geil sind Aber meiner Meinung nach gibt's auch eine unnötige Frage Unter anderem das mit der Nummer auf dem, auf der Jacke von Masumi Aber was mir sehr, sehr gut bei diesem Quiz gefallen hat Es sind wirklich viele Fragen, wo man sich den Film angeguckt haben muss Um diese dann auch richtig zu beantworten Also ich muss sagen, ich hab jetzt quasi 10 erraten Aber ganz ehrlich, 2 hab ich wirklich nur geraten Irgendwie probiert mir das selber irgendwie logisch zu erklären Von daher könnte man auch sagen, ich hab 8 von 10 Damit wär ich als Conan-Fan zufrieden Wie gesagt, ich hab den Film einmal geguckt Gibt bestimmt krassere Leute, aber darum geht's ja gar nicht Geiles Quiz Und ich würde sagen, wenn ihr es auch probieren wollt Macht's, Link ist unten in der Beschreibung Bis zum nächsten Mal, euer Kai Doakai Bis zum nächsten Mal, euer Kai Doakai